Und schon wieder habe ich nicht drauf geachtet. Verdammt. Das ist, wenn man zu konzentriert ist, ne? Das müsste doch funktionieren, oder? Ich hoffe, es ist nicht zu viel weg. Mal wieder. Komisch. Das muss ja hier... Warte. Vielleicht roll ich das Sattel-Licht, das fährt mal von hinten auf. Aber so wird es reflektiert. Also muss wahrscheinlich der hier... ...so sein. Ähm... Der hier... Kann nicht gedreht werden? Okay, dann muss der hier... ...eingefroren sein, damit der reflektiert. Und der hier... ...muss da irgendwie drauf gucken, ne? Und dann muss der, glaube ich, auch... ...durchlässig sein, oder? Wieso will der nicht? Ich war mir sicher, dass das richtig ist. Und die Seelie auch. Äh... Oh, warte mal. Ich habe da eine Idee. Ja, okay. Ich habe alles benutzt, nur halt nicht, äh, das Teil, äh, was wir benutzen sollen, ne? Ah, ich mag Alien. Ich finde es toll, dass die Alien mit reingenommen haben. So. Komm. Vor allem mit Kryo. Ne? Also... ...war schon eine gute Idee. Aha, warte. Hm. Ah, okay. Na komm. Dann schwimmen wir halt eine Runde. Lass mich raten, ich muss hier mit dem hier so mitfliegen, ne? Nein! Okay. Ein bisschen kann man es lenken, anscheinend. Ach ja, und jetzt setzen wir sich hier rein. Okay. War eine schöne Reise. Wir haben ein bisschen was, äh, bekommen. Geht, geht. Ah, da oben haben wir auch noch was. Was? Ach, wir können ja wieder aufladen, ne? Wo ist er hin? Der Schlingel. Ernsthaft? Wo ist das Ding hin? Da hat es noch eine Serie. Ach da. Na, der... Nee. Könnt's mal. Danke. Ich hoffe, ich habe keine Aufmerksamkeit erregt. Äh, ja. Pflüpp. Ach ja. Wie schön. Da oben. Ja. Oh, das mag ich. Also sowas ist dann wieder... Oh. Das nicht. Das nicht. Aber das. Ja, du kommst da unten rein, ne? Ja. Okay. Warte. Jojo. So, einmal hier aufladen. Da muss ich von oben rein, ne? Warte. Ich meine, wir kommen ja dahin. Ach, hier ist noch eine... Ich kann noch eine Serie rein. Vielleicht das ist... Ist es auch das? Okay. Er wollte mal wieder nicht. Ah, die ist da vorne. Ja, ja. Oh, ich bin davon ausgegangen, die haben mich schon gesehen. Äh, warte, ja. Okay. Oh, fach. Nein. Entschuldige, nein. Nee, nee. Ach komm, lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe die falschen Dings drin. Wo ist denn die Seele hier hin? Schon auf dem Weg? Ja. Anscheinend ja nicht, weil, ne? Dankeschön, Dankeschön. Wo ist denn die? Ja, da oben ist auch noch was. Ich habe es gehört und gesehen. Ach, verdammt. Oh, ich habe vergessen, dass ich... Ne? Muss mal wieder die Truppe ändern. Ey, Leute, sorry. Du solltest eigentlich nur gar nicht uns... Ne? Ist halt dumm gelaufen. Äh, hier. Ja, ja. Dann können wir das nämlich auch schaffen, gegen die zu kämpfen. Irgendwann mal. Vielleicht. Wenn man nicht gerade, äh... Kopflos, ne? Ja. Komm. Komm. Oh ja. Wo ist denn der andere? ja ja ach da ist sie ja ja danke hatten haben wir bekommen ich brauche die unbedingt also das rezept meine ich ich brauche das unbedingt ich nehme erstmal die hier für ihn ja wir kommen mal wieder hier da war ja ein bisschen was von stück war ja andere richtung ja 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 Okay, Entschuldigung. Dann das halt zuerst. Manchmal, wenn ich die, äh, ne, komme ich dagegen, wenn ich meine Nase, ach. Verdammte Allergie. Dann muss ich unbedingt noch mal healen. Unbedingt. So, hier liegen noch ein paar Sachen rum. Das nehme ich auch noch mal mit. Ja, warte. Oh, okay. Das liegt hier noch rum. Ah, eine Möhre. Genau, die hat man vorhin gesehen. Ähm. Geht nicht kaputt, ne? Schade. Sag mal, wo ist denn die Seele jetzt hin? Ist die schon da unten, oder? Ich glaube nicht, ne? Ich höre die doch irgendwo. Ach, da oben. Ähm. Da ist noch ein Dings, ne Blume. Hat sicher nicht so geklappt, wie es sollte, aber, ähm, okay. Ist in Ordnung. Dankeschön. Dankeschön. If it's useful, I'll take it. Jojo. Gehe ich erstmal kurz zurück nach Inazuma. Und mach diesen. Nö. Ey, 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 ey. Naja. So langsam, aber sicher, kriegen wir schon hin. Ha! Hoffe ich. Dankeschön. So. Genau. Einmal hierhin. Einmal hierhin. Ja, so langsam sollte ich auch mal aufhören, ne? Ist schon. Ist schon spät. Eigentlich wollte ich durchmachen, aber. Nee, ich glaube. Ich glaube so langsam. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Noch. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Nee. Aber erstmal mach ich das. Das können wir noch machen. Warte. Hat das nicht schon? Ich bin verwirrt, oder ist das nochmal ein anderes? Das ist weiter oben. Oh, das ist hier irgendwo, ne? Nee, dann hatten wir es doch noch nicht. Äh, dann ist das doch ein anderes. Ähm, ja. Ich komm hier hoch, ne? Oder auch nicht. Oder doch. Okay. Okay. Ein bisschen Kleton. Ah, okay. Müsste ja dann, äh, theoretisch hier irgendwo sein, ne? Ach, da vorne. Ich nehm nochmal die Dings mit. Hier. Die Crystals. Sende, Prüfung. Besieg die Gegner. Okay. Ich wollte es nicht. Aber dann. Ich hab's. Vergessen. Okay. Ich hab's. Okay. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Aber dann. Ich hab's. Besuchst, weil ich den Haut ist. ja das frage ich mich auch manchmal das frage mich hat wirklich manchmal ja komm einmal die look wieder heilen und und naja das war das hier ok ja es ist echt auf langsam meine ich nicht jetzt aber herausforderung ist abgeschlossen ja er wird so langsam zeit geht wird wirklich so langsam zeit sie truhe naja ok natürlich ja natürlich können sie mal bitte aufhören das juckt immer sehr ungünstig schon wieder falsch das ist wir in der grad Wir kommen jetzt in der Schwäber. Nacka. Geht doch. Naja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das habe ich mir denken können. Und ich nehme die auch nochmal mit. Okay, wie gesagt. Also so langsam, ne? Ich gehe mal kurz hier hin. Ich glaube, da ist sicherer. Sollte ich dann doch mal eine Aufnahmepause, eine etwas längere als zwei Millisekunden einlegen. Ich gucke mal hier. Was sagt er? Counter? Ja, ja, okay. Ist in Ordnung. Oh. Ähm. Okay. Nehme ich gerne mit, würde ich sagen. Ach, hier war das mit dem Kasten, ne? Es seh. Es seh. Moment. Was für'n, äh, Aufstiegsmart kommen? Oh. Ah ja, okay. Ähm. Die müssen auch nochmal. Die, ne? Aber nicht jetzt. Warte. Wir haben was für die Waffen bekommen. Das müsste weiter vorne sein, ne? Oh, haben wir auch wieder. Müssen wir auch mal wieder. Was ist das? Aha. Haben wir den schon? Ich, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, wir haben nur, äh, äh. Okay, hier ist das ganze Material, ne? Wahrscheinlich auch die Dinge, die wir gerade bekommen haben. Ja, hier, das hier, ne? Ah, okay. Was war das nochmal? Mhm. Okay, irgendwelche Talente, aber I don't know welche. Wo war denn nochmal mit dem... Ach, da oben. Seekönig. Habe ich den überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den noch nicht hab. Naja, vielleicht. Irgendwann mal. Vielleicht irgendwo mal. Ja, hier düppeln noch definitiv zu viele untenrum, ne? Okay. Uh. Ah, jetzt stimmt da war ja was. Müssen wir auch mal benutzen. Ähm. Nee. Warte mal. Ja, ja. War da nicht was? Brauchten wir da nicht was für irgendeine Waffe? Es war was anderes. Und das war auch was anderes. Die zwei Sekunden haben wir noch. Ich kann einfach gerade nicht anders, als zu gucken. Oh. Mir war so. Es kann natürlich auch sein, dass wir zu wenig haben. Trotzdem. Ne. Dass wir es gerade bekommen haben. Oder es ist halt einfach nicht ausreichend, dass was anderes fehlt. Ah ja, hier fehlt ja, äh, das hier, ne? Ich glaub nicht, dass ich da irgendwie, äh, noch was kaufen kann. Ja, das war's. Jetzt fehlen noch zwei. Gut. Kriegen wir auch irgendwo noch her. Bin ich mir sicher. Wahrscheinlich wäre es einfacher, da drauf zu klicken und dann da hin, sich hinbeamen zu lassen, ne? Er sagt dann, ja, die und die ist her und dann, äh, ist man da. Ah, das wollte ich ja gerade nicht, ähm, ah, okay. Warte. Oh. Hab ich das nicht schon? Deswegen, äh, ha. Da brauche ich wahrscheinlich wieder was, ne? Ja. Ah, okay. Ich guck mal nur bei denen, wo ich halt wirklich gerade, äh, den Aufstieg machen könnte. Ach so, ja, da fehlt was. Definitiv. Zu 100 Prozent. Ah, okay. Mhm. Ja. Ja, da, 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 da ist, glaube ich, dasselbe. Ne, da müssen wir dann auch draufgehen und dann, äh, warte, hier, Jan Faye. Warte mal kurz, äh. Komm. Ne. Ja, ja. Äh, wäre, glaube ich, dasselbe, äh, wie mit den Waffen gerade. Dass wir halt wirklich da draufgehen und dann werden wir hingebeamt und dann, äh, äh, ja. Kriegen wir die Dinge. Im besten Fall. Ist ja nicht, ich muss das irgendwie sammeln und dann muss ich gucken, wo ich das sammle und dann... Ne. Wäre das aber die einfachere Möglichkeit. Okay. Ja, gut, wir müssen einiges wieder, äh, äh, ranschaffen an Material. Ähm, aber ich würde mal sagen, das machen wir jetzt nicht. So. Ach ja, 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 ja. Lass mal durchlaufen. Wir haben ganz viel bekommen. Aber, das heißt... Das habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Genau. Wir haben jetzt neun, oder? Ja, neun. Okay, einer fehlt noch. Das, das machen wir dann, wenn wir in der nächsten Aufnahmesession, ne? Wir, ist dann, ja. Ich brauche ja keine Verabschiedung, sorry. Ich bin da so drin. Aber, gut. Ich mache jetzt aus, ne? Okay, dann wollen wir mal weitermachen. Äh, ich hatte lange genug Pause. Ne? Ah, ja. Pause war lang genug. Ähm, dann gucken wir mal. Genau, wir hatten das hier. Müssen noch da drüben hin. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal, äh, äh, Korrosionsschutz, ne? Was war das andere? Mit dem, mit den Dings? Ja, ja, das war das. Mit dem Nachwort. Was ich gerade gesehen habe. Ach, danach können wir auch mal wieder machen, hier, ne? Äh, äh. Das ist auch noch. Hm. Ich habe doch eben gerade noch was gesehen. Komisch. Ach, hier. Ein Schluck eines bestimmten, beschwipsten Traums. Ähm. Ach so, wir sollen uns von Luca verabschieden. Ah, können wir noch machen. Das können wir noch machen. Ähm. Zuerst. Warte, welchen Korrosionsschutz haben wir denn? Inwiefern sind wir denn geschützt? Oh nein, das wollte ich gar nicht machen. Naja. Kann ja nicht schaden. Ach so. Ah, okay. Können wir mal wieder machen. Oh. Okay. Ja, dann, äh, nehme ich das doch mit. Ist doch gar kein Thema. Ach, hier hätte ich das auch schon machen können, ne? Oh, okay. Okay. Segen der Schildkröte. Hört im Strah... Verteidigung aller Trumpmitglieder um 30. Äh... Spezialfähigkeiten. Standardangriffe. Ich mache unter Strom ganz häufig überladen und so, ne? Also hier, so, so, äh, hier, äh, ähm... Spezialfähigkeiten. Und, äh, hier mit dem Ding ist es. Aber ich glaube, ich mache es mal Spezialfäh... Ne, warte mal, wir machen ganz viel unter Strom. Kann ich das denn schon? Äh, hier, das hier. Ah ja, okay. Es hat also keine, äh... Reihenfolge, wo wir uns, äh, da dran halten müssen. Schön. Das gefällt mir. Oh, okay. Wir haben wieder Sachen bekommen, oder wie? Ich guck mal rein. Schau. Ah, hier. Achso. Achso, ja, gut, dann, äh... Ne. Ach, warte mal. Ah, okay. Ja, ey, wir brauchen ein bisschen was von diesem düsteren Prisma noch, ne? Müsste ich mir auch nochmal wieder, wieder was besorgen. Und die ganzen Schrifträume brauchen wir auch irgendwann mal nochmal. Damit wir hier die, äh... Die Charaktere so ein bisschen aufleveln können, ne? Da sind wir ja gerade so, auch so ein bisschen hinterher. Ah, okay. Das ist aber mal noch 60, ne? Also ich meine, wir könnten es bestimmt sowieso auch... Auch... Oh! Achso, hab ich das eben ge... Ah! Ich kann das hier befreien, indem ich meinen Kasten... Aufkaste. Ich geh mal kurz hier nochmal rüber. Wir können es, glaub ich, gebrauchen. Ne, wir können es gebrauchen. Einen Moment, ich trinke einen Schluck Tee. Äh, Tee, Kaffee. Ich hab mir Kaffee gemacht, kein Tee. So. So. Ah, ich hätte mal healen sollen, ne? Dit wäre, äh, praktisch gewesen. Davon ist aber keine Truhe, ne? Das ist nur, äh... Nur ein Kampf. Haben wir denn hier noch irgendwas? Also generell, also... Oder geht das weg? Wenn wir alles eingesammelt haben. Da respawnt das. Gute Frage. Also mit den Kristallen und so, ne? Mit den Schoten und Kristallen, meine ich. Oder sind hier keine mehr, weil wir das hier freigeschaltet haben. Oh, warte mal, da unten ist noch was. Ah ja, okay. Doch, es sind noch welche da. Da müssen wir einen Kampf gewinnen. Und hier müssen wir wieder so ein Rätsel lösen, ne? Okay, der muss da rauf. Und der muss hier, äh, 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 dingsen, ne? Ich brauche dann wieder Aloy und Ember. Den ich auch hier zu... Ja, okay, dann mache ich das mal kurz so. Hoffe, dass ich nicht angegriffen werde. Oh. Okay, okay, dann müssen wir definitiv einmal, äh... Das können wir so... Ich hatte es komplett vergessen. Moment. Ne, dann müssen wir einmal, ähm, uns gratis hielen. Ui. Das ist aber jetzt, äh... Ne? Das ist gar nicht gut. Habe ich komplett, äh, vergessen. Durch die lange Aufnahmepause. Also, ein Tag. Ungefähr. Halber Tag. Ne? Ne? Na, wenn man dann andere Dinge im Kopf hat, ist... Ja. Ne? Kennt man. Dann denkt man da nicht mehr dran und dann, äh, ja. Okay, ich hoffe, die anderen werden auch gleich mitgehealt. Lade. Mal kurz gucken. Aber müsste eigentlich, ne? Warte. Ich gucke nochmal. Okay, werden so. Nein. Ich wollte auch gar nicht zum Händler. Okay. Dann einmal noch mal nach unten. Oh, wir können bald wieder, äh, 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 hier farm gehen. Das war hier unten, ne? Auf der Seite. Okay. Dann können wir wieder, äh, ein paar Sachen holen. Die wir ja brauchen, um unsere... Protagonisten ein klein wenig stärker zu bekommen. Unsere Charakter. Ich wollte schon Chars sagen. Und dann Charakter. Und dann irgendwie, ja. Unsere Chars. Unsere Charaktere. Die wollen wir ja irgendwie, äh, äh, gelevelt bekommen, ne? Können wir dann wieder machen. Ähm, das war da hinten, ne? Ah, okay. Barbara scheint den gleichen, äh, Tick zu haben wie Paimon. Ne, äh, in dem sie sich selber beim Namen nennt. Also, wenn, äh, ja. Nee. So. Okay. Dann ist das das hier. Was? Ah, wahrscheinlich nicht eisig genug, ne? Das hier müssen wir drehen. Und dann müssen wir einmal hier kurz... Das war einfach. Na komm, mach die Truhe auf. Nein. Mach doch auf. Ja. Das, äh, ähm, weiß ich auch nicht. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass wir jetzt die Truppe wieder ändern. Na komm. Sehr schön. Ah, warte mal. Da war ja noch was. Das muss sein, warte. Oh. Sind die Lichter schon wieder weg? Oh, wie spannend. Freu dich nicht zu früh. Ich bin mir vertraut. Freu dich nicht zu früh. Ich benutze ich gerade nur, äh, damit ich wieder meine Baidu, äh, Dille-Kombination, äh, ne? Nicht verwechsle. Weil ich die so lange auf den beiden Posten hab, äh, dass ich ja... vollkommen durcheinander gekommen bin. Mal weg. Ich bin nicht zu früh, äh, dass ich nicht zufrieden habe, 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 äh, dass ich nicht